Ja, ich würde mir wünschen, dass wir in der Stadtverwaltung eine neue Kultur erreichen, die quasi diese Modernisierung zulässt. Aber so ist es natürlich eine schöne Plattform, um sich wirklich auszutauschen, damit nicht jedes Referat das gleiche macht, was die anderen auch schon machen. Und am Ende hat man vier Lösungen und man hätte sich einfach komplett sparen können und einfach gemeinsam an einem Strang ziehen können. Grundsätzlicher Wunsch ist, dass die Stadtverwaltung und ihre Mitarbeiter offen sind für die Themen, mit denen wir sie jetzt konfrontieren. Und das haben wir heute auch festgestellt. Also da gibt es eine große Bereitschaft, dass die Leute mitziehen, auch bei dem digitalen Wandel, bei der Transformation. Also auf alle Fälle, dass der Austausch untereinander ein bisschen öfter ist und alles. Weil hier sind ja zum Beispiel auch nur 200 Leute circa. denen allen das Thema mal näher zu bringen. Mit ein, zwei Veranstaltungen im Jahr ist es halt zu wenig. Und dass sowas einfach öfter stattfindet.